Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. In der letzten Folge haben wir... Was haben wir in der letzten Folge gemacht? Wir haben da hinten die Brücke gebaut und wir haben so allerlei Dinge gemacht. Und ich hatte ja angekündigt, dass ein Gast dabei ist. Leider hat der Gast abgesagt. Und wir müssen leider doch noch alleine spielen. Ah! Ah! Oh mein Gott! Gehen Sie weg! Okay. Ich hab keinen Bock mehr. Ja, tschüss. Ja, nee, gut. Das war natürlich eine Finte. Der Dean ist heute mit dabei. Das hatte ich ja schon angekündigt. Ihr kennt ihn aus dem Together von Minecraft und aus dem Together von GTA. Und, äh, ja. Er ist heute dabei. Du bist der erste Gast in dieser Welt. Wie fühlst du dich? Ich fühle mich sehr geehrt. Also, ähm, ich hab mir auch gerade, ähm, deutlich in die Hosen gemacht. Stinke ich eigentlich? Ich hab mir noch nie, selbst noch nie... Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Boah, Alter. Eine Dusche hab ich auch noch nie gebaut. 250 Folgen. Ja, ich hab dir hier so ein Willkommenspaket, haben wir dir bereitgestellt. Und das kannst du dir jetzt gerne nehmen. Oh, das ist natürlich... Ich hast doch eine Scheiße, ne? Brauche ich nicht. Ja, und ich musste leider, das kann ich noch ganz kurz sagen, die ganzen Mods deinstallieren, weil sonst hätte der die nicht connecten können. Das lag wahrscheinlich an irgendeiner Mod. Und, ähm, naja, das spielen wir halt mal ohne Mods. Das geht ja auch. Ja, ich hab Mods irgendwie... Ja, das ist Minecraft, hallo. Also, er konnte zu mir connecten, aber ich nicht zu ihm. Das hat ja nur... Hat sich ja nur 5 Millionen mal verkauft oder so. Also, nee, nee, ja, so... Pfff, ist da gar nichts. Also, hier, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal am Bogen und da sind Pfeile, ich mein. An den lag's bestimmt. Hast du alles raus? Ja, gut, dann baue ich das hier wieder. Ja, ich mach das raus. Steaks. Alles raus. Ein Appelstow. Ich wollte ja eigentlich Lemons nehmen, aber gab's... LEMONS! Hm? Du hast ja noch gar nicht, äh, die Bibliothek weitergebracht, fang mal auf. Nee, das hab ich noch nicht gemacht. Das, äh, wäre eigentlich eine gute Idee, jetzt so, oder? Das könnten wir machen, aber... Dann müsstest du die mit, äh, 2-Minier-Items spawnen und das hast du gar nicht. Nee, aber wir können ja, ich hab ja, das ist ja LAN-Welti, wir können ja in den Game-Mode gehen, theoretisch gesehen. Stimmt. So ganz ohne Probleme. Guck mal, guck mal her, guck mal her. Ist da jemand? Magisches Buch! Wihihi! Magic! Magic! Mit deinem Fernseher auf dem Kopf. Boah, das nervt. Nee, der Fernseher näher, so. Der Fernseher. So, was, ja, wann machen wir denn? Willst du ja erstmal ein bisschen rumlaufen, vielleicht? Ja, dann in seiner Welt mal sehen, das wäre eigentlich ganz interessant. Ich hab's jetzt bis jetzt so in the last place gesehen. Dann mach ich mal den Game-Mode wieder raus. Nicht, dass hier noch, äh, cheaterei unterstellt wird, das will ja keiner. Und seitdem ich hier das Let's Play gucke, ist irgendwo in verfickten, ganzen Folgen, sind jetzt hier gebaut, das ist ein Zombie in der Wand. Ja, der ist hier hinten, wahrscheinlich. Der, ich hab hier hinten, haben wir irgendwo Freiraum gelassen beim Bauen. Der ist hier hinter irgendwo. Ich hatte ja früher so ein Schwimmbad gehabt für so ein Zombie, so ein Zombiespawner-Schwimmbad und da ist der bestimmt. Der ist schon ganze Zeit da drin, ey. Oh, es wird, glaub ich, wird's gerade Nacht oder wird's gerade hell? Ich glaub, es wird gerade hell. Ich glaub, es wird gerade Nacht. William Shatner. Das ist William Shatner hier, ach so. Alter. Das Schwein ist mindestens auch schon 100 Folgen da. Oh nein, verdammt. Gewesen. Das wusste ich nicht falsch. Hast du schon mal NPCs bei dem Textaffekt gesehen? Ja, ich glaub schon, ne? Nee, bei dem noch nicht. Vor allem gehört. Du hörst dir einfach nur an. Ah, noch hab ich schon. Hörst du das? Hörst du auch diese Sounds? Ich will nicht mehr. Ich bin ziemlich belästigt. Alter, was ist das denn, ey? Es wird übrigens gerade dunkel. Ich geh, du brauchst ein Bett. Ja. Wo schlafen wir denn? Voll fett wär jetzt ein Bett. Äh, warte. Ich bin ganz schlecht, weil ich das Schwein einfach geschlachtet hab. Ach, komm. Und Fried Fischer hat's verdient. So, warte. Okay, jetzt lebt Dennis wohl nicht mehr in dieser Welt. Nee, Dennis hab ich woanders irgendwo. Ich hatte irgendwo mal ein Schild gemacht, wo Dennis drauf stand. Ich kann mich noch gar nicht mehr dran erinnern. Irgendwas hatte ich mal gebaut gehabt. Willst du dir ein Bett selber bauen? Ich hab hier Wolle. Das können wir machen, ja. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, mein Ausguss. Ich brauch nur Holz, ja. Das ist hier in der Kiste. Okay. So, drei Holz. Also in drei Holz, kennst du das? Aber bloß nicht mehr nehmen, okay? Bitte was? Bloß nicht mehr Holz nehmen, das ist sehr rar. Rar. Rar Datei. Dean.töten.exe Dead file. Hast du ein Bett? Ich hab ein Bett, ja. Ja, dann komm, ich weiß, wo wir schlafen. Ich weiß gar nicht, ich glaub, da hab ich da sogar zwei Betten stehen, ich weiß es gar nicht. Meinst du im Bauernhaus? Nee, nee, der Porno-Winner. Ach so. Oh, das ist ein Bett. Ist er auf Ron-Jeremy? Ja, unter anderem. Oh, Spinne. Darf ich schlachten? Oh, wir sollten, äh, da kommen, also da, ähm, also ich bin weg. Ja, Alter. Mach doch die Tür zu, ey. Ach ja, geht ja automatisch so. Oh, scheiße, die können ja reinkommen. Ist die beste Idee, Druckplatten unten hinzustellen. Ach, guck mal, ich hätt sogar zwei Betten gehabt. Ja, egal. Tolle Wurst. Ich hab sie getötet. Wieso? Ah, andere Tür, verdammt. Tower Defend. Wieso brennt er? Wieso brennt er? Verwut. Wut, Brand. Alter, guck, Baby-Zombie. Nein, Alter, ich hasse dich diese Dinger. Boah. Weißt du, wo ich letztes Mal aufgenommen habe? Das hat mich so entschreckt. Erschreckt. Das ist so geil. Ah, nein, was? Oh, gut. Ich hab' vor allem von den Dingern. Die sind so verhindert aus, irgendwie. Das sieht extrem geil aus. Ja, ja, da hab ich nie weitergebaut, also fertig gebaut. Ich glaube, oben der Kackplotz ist immer noch drauf. Ich bin mir schlafen. Oh. Ja. Das ist schon wieder irgendwas unten reingekommen gerade. Zum Kümmern? Ach, nee, leg dich hin. Geht nicht, weil Monster in der Nähe sind. Ah, oh mein Gott. Oh nein, wo die im Shatner. Ach, komm, scheiß drauf, wir schlafen jetzt schnell. Ja, ja, komm. Nee, lass mal Oma, Loni, ich mach mich auf. Herzlich willkommen zu Let's Play. Was ist das nochmal gespielt? Ist gut. Komm, ich sag's, oder so, ich. Was, Alter, du brennst. Du brennst. Das ist die Wut, die ich in mir trage. Also brennt's auch immer, weil wir Fifa spielen? Ja. Ja. Symbolisch gesehen. Oma, Loni brennt auch immer. Wenn sie einen Orgasmus hat. Ich wollte gerade sagen, ich wollte jetzt nicht untenrum sagen, weil das ist echt eklafft. Brand an der Vagina. Teil 2. Ich muss auch was essen. Ich muss Lemons essen. Oh, nein. Was denn? Alter. Oh, ja, geil. Ein Creeper. Oh, Creeper, get down. Get my sword in your face. Oh, jeez. Stick in hard. Ich zeig dir jetzt mal den nervigsten Ort in der gesamten Minecraft-Welt. Naja, ich war jetzt die Village mit den ganzen... Ja, genau. Bloss auf, Alter, ich hab das bei dir schon gesehen. Das ist der beste Ort überhaupt. Ja, das Bauernhof-Dach sieht auch noch scheiße aus. Ach, Bauernhof-Dach, sag ich schon hier, das Bahnhof-Dach. Aber ich frag mich gerade, warum... Warum sind denn die Wines hier jetzt auf einmal wieder... Welche Wines? Äh, nicht Wines hier, die... Die Blätter sind auf einmal so hässlich. Ja, der ganze Boden, guck dir noch ganz im Boden mal an. Was ist denn hier los? Bei mir liegt der gerade die Welt, also ich bleib' jetzt mal kurz stehen. Ach so. Ja, ja, das hängt auch bei mir. Ich hoffe, das kacktet sich ab. Das wäre... Wir warten mit dir. Ach, schöner Stammtel. Oder hielt die Bäume. Die Trudier könnte ich auch mal ausdrucken. Okay, jetzt. Okay, was ist denn... Was ist denn hier passiert? Ich weiß nicht, die Blätter sehen irgendwie komisch aus. Die waren vorher grün. Er guckt, wenn man den ganzen Rasen haben. Der Rasen, das ist normal, aber das hier Sumpfgebiet ist. Aber die Blätter sehen auf einmal anders aus. Na gut, vielleicht liegt es auch daran, was hier wie gesagt Sumpf ist. Ich weiß es nicht. Was macht denn Rüdiger hier, Alter? Was soll das? Rüdiger, was soll das? Also, ich will auch mal mit Rüdiger. Willst du auch mal mit Rüdiger reiten? Rüdiger! Sieht so bekloppt aus. Kann man noch springen, ach ja, so. Ja, Rüdiger. Richtig ist die No Schwert. Wie komme ich denn hier runter? Hier sehen Sie den, wie Herr Rüdiger reitet. Äh, mit Schiff. Was, mit Schiff? Schiff links, ja. Oh, Rüdiger, das war krass. Ja, der geht ab, ne? Ja, Rüdiger geht ab. Ja, hier, hier, wie gesagt, ist der nevigste Ort. Was ist das denn? Sind das Golems? Ja. Mach mal ein D. Muss ich gar nicht, dass es sowas gibt. Ich habe sie zwar gesehen, aber ich dachte, das wäre ein Mod. Äh, nee, die gibt es schon. Also, da musst du, ähm, vier Eisen. Zu so einem Körperformen und dann oben drauf ein Ding setzen. Ähm, na, wie heißt es? Ähm, ein Kürbis. Achso, das, nein, niemals. Ein Kürbis, mich kann es nicht verarschen. Nein, ist so. Du kannst den Gole machen, in dem du vier Eisen und einen Kürbis hast. Äh, nein, ist wirklich so. Ja, mach, will ich sehen. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay, machen wir, okay. Ja, okay. Ich muss aber erst mal Rüdiger anbinden, okay? Ja, binde mal Rüdiger an. Der Rüdiger, okay, der muss zum Stall zurück. Ich glaube, ich habe hier keine Fäden mehr. Ja, bei mir hängt gerade das Wetter, weil der Wetter dich weltlebt. Ach ja. Wolltest du gerade Scheißwelt sagen? Äh, was, nein? Ich laufe schon mal zurück und hole Eisen. Ja. Oh, sorry. Was? Bei mir habe ich dich gerade gehauen. Achso. Aua. Jetzt geht das weiter. Ich habe einen Blackscreen, fängt er schon gut an. Wunderbar. Ja, das ist doch immer so. Ist auch immer, wenn wir LPT aufnehmen, nur ich sage nur nie was. Achso. Achso. Ach ja. Äh, ja. So, ich bin wieder drin. Warte, ich will mal kurz den Fullscreen wieder. So. Kann man mit dem Pferd nicht über Blätter reiten? Doch, geht. Wo bist du? Ach, hier mitten da bist du, ja. Okay. Nee, ich... Hä? Hier, dreh dich um. Nee, ich bin schon viel weiter wie du. Hä? Ich bin schon wieder im Lager. Ja, ach doch, jetzt. Lol. Hätte ich tp' mich mal zu dir. Das ist schon eine gute Folge. Ja, geht wunderbar, wunderbar. Ist ja ein Testlauf, ne? Man muss ja, das muss man ja auch mal sagen. Ja, das ist das erste Mal, das wir jetzt machen. Also, wir hatten nicht vorher Sex, was? Das ist das erste Mal, das wir jetzt machen. Wir könnten ja auch einfach losziehen, könnten die ein Pferd suchen. Das könnte man auch machen. Aber wenn du Weltladeprobleme hast, ist das natürlich Kackel. Nee, das ist einfach nochmal wieder Minecraft. Das kennst du bestimmt. Ja, Minecraft ist eine Hure, ja. Ja, dass es einfach mal hängen bleibt. Hast du... Oh, ein Sattel. Ein Sattel. Ein Sattel. Hier sind auch irgendwo Dias drin. Eigentlich sind es fünf Diamanten. Aber... Nee, nee, die behältst du auf jeden Fall. Es sind nur fünf. Ist das eine Weltkarte? Ja. Du hast doch gar keine Mingen mehr. Pulli doch einfach eine Weltkarte. Ja, aber ich finde diese Weltkarten irgendwie... Also, das ist mit das Unnötigste, was es gibt, finde ich. Oh, nein. Oh Gott, ein Kürbis. Nein, den hast du nicht gesehen. Oh Gott, Alter, nee, ich muss weg. Nein, warum? Wo die im Shatner ruft. Lemons? Lemons? Oh, jetzt warum ist das so? Jetzt, zwei, drei, vier, so. Pass auf. Ich will eigentlich hier gar keinen Golem. Wobei doch, wir können unten wieder einen Golem machen. Ich hatte mal einen Golem gehabt, der ist immer in der Bibliothek rumgelaufen. Ja, das weiß ich. Ja, genau, und der ist dann tot. Ich weiß gar nicht, wie hieß denn der nochmal? Hat der Angst, wie er... Manfred oder so? Ich weiß es nicht. Manfred. 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 Der da, Manfred. I'm not a Manfred. Ja, okay. So, hier so, pass auf. What the fuck? Tatsächlich? Das kannst du auch, wenn du Schnee hast, kannst du Schneemänner machen, die laufen. Hast du Schnee? Nee, ich hab glaube ich keinen Schnee. Also machen wir Schnee, wenn man der LPD will. Das wäre eine gute Idee. Weil wenn Dennis den haut, ist Dennis tot. Ja, das stimmt. Die machen vier Damage oder fünf. Was du mal, da brauchst du eigentlich nicht viel, um die zu machen? Nee, nee, geht eigentlich. Du brauchst das Eisen hier mal wieder rein. Was kannst du hier machen? Ist das ein Amboss? Amboss? Das ist der Amboss, ja. Aber der Amboss ist auch irgendwie so richtig sinnlos. Da kannst du zwar dein Item reintun. Ich hab hier zum Beispiel noch ein Schwert und entscheide, dass du kannst du haben. Aber das ist fast kaputt. Kann das reparieren? Das kannst du an Amboss, oder? Ja, ich kann dir mal ein Diamant geben, dann kannst du es reparieren, weil du brauchst halt... Du bräuchst es jetzt für das Schwert zum Beispiel, ich glaub drei oder vier Diamanten, bis du es komplett reparieren kannst. Das ist doof. Mach mal mit an. Try it out. Ach ja, du brauchst Erfahrung dafür. Ich weiß nicht, ob du die hast, sonst mach ich's. Nee, ich hab nur... Ja, mach du mal. Ja. Oh ja, spuckst Diamanten. Kannst du das öfter machen, bitte? Kann ich. Ich krieg's dich. Was? Ja, was? Nichts. Okay. Ja, das ist alles okay. Das ist ein kleiner Furz und du brauchst elf Erfahrungen. Das ist so wunderbar. Habe ich nicht irgendwas noch in den Öfen? Warte mal. Ich glaube, bist du eigentlich? Zehn. Oh, krass. Oh, ne. Ich weiß noch, wo wir... Ah, nee, dann würde ich das jetzt spoilern. Würde ich das jetzt spoilern? Ja, das ist nicht so... Du weißt, was ich meine, oder? Ich glaub schon, ja. Oh, ich stand da drauf auf meine Füße. So, hier ist jetzt nicht wirklich repariert, aber mehr kann ich nicht wegen Erfahrung. Nö, nö, ist ja okay, ist ja okay, reicht, ja. So. Ja, wollen wir den Pferd suchen? Ah, lol. Das Sortiermod geht auch. Brauchst du die Kiste sortiert, dann mach ich das. Ne, normal hab ich den ja auch drauf, aber... Kannst du hier mal sortieren, wenn du willst. Oh, geil. Ja, ein Pferd suchen wär nicht schlecht. Das wär eigentlich ganz cool. Das wär sexuell ansprechend, sagst du? Ja, das wär sexuell sehr ansprechend. Gut, dann... Ich fände das so sexuell ansprechend, dass ich schon komme. Oh... Ich glaub, ich brauch noch Pfeile. Warte mal. 13, aber das reicht. Pfeile, bitte. Pfeile. Eckpfeiler. Hab ich keine Pfeile mehr. Hast du nicht gesehen? Brot kaputt machen. Das Ding, brauche ich. Hab ich denn? Ich hab keine Pfeile mehr. Was, was ist denn hier los? 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 Kann ich in ein... Ich will hier baden. Ich möchte hier baden. Nein, das würde ich nicht machen, dass meine Toilette. Obst. Was für eine Brewing Station? Brewing Station? Ja, ich hab sogar ein Labor. Wohnen? Weil dann kann man so ein Heim. Das ist nicht siehst. Können da ein paar Getränke brauen? Guck mal hier oben. Das hab ich mal gebaut gehabt. Und hab's nie genutzt. Das sind sogar die Dings, wo ich dir erzählt hatte. Das hab ich noch nie gesehen. Ja, ich benutze es kaum. Sollen wir mal eins machen? Ich hätte auch noch Heiltränke oben in dem einen Haus. Ja, das ist, äh... Das ist auch sexuell ansprechend. Ja, das wäre nicht auch sexuell ansprechend. Okay, dann hab ich alles. Hast du die Uber eigentlich mal fertig gebaut? Ja, die ist fertig. Das ist... Ja. Ja, was soll man da machen, ne? Auch dat ist geil. Ja, der echte Bayern. So. Warte, jetzt muss ich kurz noch Rüdiger bändigen. Rüdiger! Geiles. Was ist er denn, hä? Hat er noch mit? Ach nee, hast du einen? Ja, ich hol einen. Okay. So, ich glaube Tobi, alle seine Diamanten halten. Die ganzen drei. Oder elf, Hust. Ja. Wieso kann Rüdiger denn nicht da hochhüpfen? Was soll das denn? Ja, ist halt, äh, ne? Mensch, Rüdiger, jetzt zieh dich doch nicht so. Aber echt Rüdiger, jetzt kommen wir mal runter. Ja, naja, also wir müssen nicht gleich wieder außen, äh, aus der Bahn reiten. So, wo bist du? Dann kann ich den eher, ich setze den einfach oben hier bei dem Haus ab. Ja, ich geh gerade hier oben zu dieser Wille, wo wir vorhin gepennt haben. Miteinander. Oh ja. Oh, hau, 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 hau. Au. Nein! Geh mal wieder zu einem Willi dann. Ja, ich bringe die Heiltränke mit. Habe ich hier nicht irgendwo einen Zaun zum Zweifel? Hinterhalten sich gerade. Ja, ich fände es auch so. Ja, der Dax schädet im Moment. Ja, nein, nein, nein. Nein, ich möchte das nicht. Ich möchte nicht sabbern. Hier ist wieder irgendwo ein Babyzombie am Haus. Oh nein! Soll ich ihn mitbringen? Nein! Ich geh weg, ich hab voll Angst vor den Diggern. Das sind voll die Psychos. Kennen Sie aus Borderlands, diese kleinen Psychos? Ja, 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 ja. Das ist voll extrem halt, da ich sag's dir. Ja, und dann hab ich, hab ich Natascha so gesagt, als er Natascha, mach mal was. Und die so, ich schwör. Oh, Eier! Nein! Ich hau dir meine Eier ins Gesicht. Oh, your farm will fucking explode! Oh, geil. Sogar Direktheilung 2. Boah, das macht mich an. Mr. Heisenberg. Ach, du bist Heisenberg. Ja, genau. Die Folge kommt doch jetzt bald raus, ne? Ja, die läuft gerade, wo wir aufnehmen wahrscheinlich. Ich weiß ja nicht, wieviel haben wir denn? Halb drei. Wir sollten noch mal schlafen gehen und dann geht's los. Jo. Wir haben jetzt gerade halb drei. Also die müsste jetzt, wo wir gerade aufnehmen, müsste die eigentlich irgendwo laufen. Hier gucke ich mir morgen sofort an. Wenn ich weiß, was mir meine Breaking Bad. Ja, du guckst ja auf Deutsch. Ich hasse Breaking Bad. Nein, war... Das ist so voll immer im... Ich lebe so voll gut reden und virtuelle, nee, voll scheiße. Das ist wie bei DSDS. Bei DSDS war's? Keine Ahnung, hab ich einfach so gesagt jetzt. Ach so. So. Nee, nee, wie bei Supertalent, wenn jeder sagt, ja, ist voll scheiße. Und dann guckt uns das jetzt an. Oder Bau sucht drauf. Ups. Mein Spieljahr-Tochtergesuch, meine ich. Ach, ich kenne auch jemanden, der das immer guckt. Ja, ja, ich auch. Was ist denn da eigentlich in der Kiste? Da hab ich schon so oft reingeguckt. Ah, ist nur Pimmel drin. Lass mal sortieren. Oh nein. Ja, aber ich weiß nicht, in welche Richtung wir gehen sollen. Wir können ja mal... Was denn? Wieso ist ein Esel zu deinem Tisch gebunden, Alter? Schlachtest du dir nachher, oder was? Ja, klar. Rüdiger. Was denn, wie das aussieht, Alter? Sieht falsch aus. Wie sieg's ihn ausgabt? Was? Hab ich's gemacht? Oh, da draußen ist ein Zombie mit Iron Plate. Ach, mit Alza, schon mit Gold. Angriff für Eisenhardt! Alter, die ist enchanted. Ich weiß nicht, ich glaub, der droppt die aber nicht. Nee, nee, der droppt die nicht. Das ist aber viel unfair eigentlich, ne? Alter. Ja, das ist meiner. Ich will die verabschieden. Oh. Alter, was er aushält, ne? Oh, schau. Ja, ich hab Goldschuhe. Nein. Gold ist nur zu los, finde ich jedenfalls. Ja, Gold hält ja gar nicht so aus. Aber ich finde es um dekorieren. Ja, das stimmt. Ja, dann lass mal hier so in die Richtung laufen. In die freite Landschaft hinaus. Ich glaub, ich war auch schon fast in jeder Richtung mittlerweile gewesen. Aber ich hab, du hast doch, äh, du hast doch eine Minimap, ne? Ja. Mach mal einen Marker hier zu Hause. Ähm, waypoint, at, waypoint name, ficken do. Wie, 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 was? Du hast mich gehört. Äh, ja, okay. So, exit menu. Ficken do, it's, ja, fertig. Okay, auf geht's. Los geht's. Let's beginn. Auf der Bonka. Was? Was hast du gesagt? Auf der Bonka. Warte mal auf mich. Ich hinkele so ein bisschen hinterher. Das ist coole. Ich dachte, ich bin hier der Fette. Es war so klar, dass du es schaffst. Ich hab extra nochmal nach hinten geguckt. Ich hab ja eh schon kaum Tiere hier in der Welt. Ist ja egal, hauen Sie ruhig alle um. Ja, bei uns in der LPD-Wild haben wir gar keine, ey. Ja, das ist irgendwie, weiß ja, also. Wenn du immer was am Weltencode ändern, dann ist irgendwie, äh... Muss was essen. Bei mir ist die Weltgrad ein bisschen ungeladen. Es sollte ja trotzdem noch. Aber ich seh grad unten, was alles so ist. Oh, das ist Lava. Hier ist ne Megahöhle. Also, was heißt mega, aber... Tobi?